Meine Damen und Herren, Ihre Einsätze bitte. Das Gamble City Helden Casino hat wieder geöffnet und damit geht es weiter von Hero Zero, aus der Welt von Hero Zero. Server Nummer 12 wäre schön, 292, nein, dann wäre ich mit Abstand Level höchster. Das ist Server 2. Da habe ich einige Donuts und die werde ich jetzt hier vollkommen unverblümt rausballern. Das Helden Casino vom 15.04. bis zum 17.04. Das heißt Freitag, Samstag, Sonntag am Wochenende kann gepokert werden, was das Zeug hält. Nein, nicht gepokert, sondern das ist der einarmige Bandit. Und ist das diesmal neu? Eine Chance auf besonders heldenhafte Gewinne. Zwei exklusive Begleiter namens Simon und Barry, die beiden hier wahrscheinlich, die es ausschließlich als Hauptgewinn im Casino zu holen gibt. Außerdem könnt ihr weiterhin mit etwas Glück alle Begleiter, die es jemals in Hero Zero gab, ausgenommen Begleiter aus dem Unter-der-Hand-Shop, Booster, Trainingseinheiten und mehr gewinnen. Und die Begleiter kann man nur gewinnen, sobald man Level 60 erreicht hat. Sollte klar sein, das erste Spiel ist kostenlos und danach mit 10 Shetons. Und die Shetons kann man mit etwas Glück auch bei den Missionen erhalten. Allerdings die ganzen 30 Mal drehen, das wird sich nur schwer bis so gut wie gar nicht ausgehen. Free to play. Okay. So, aber einfach mal auf die Missionen. Was für Schurke besiegt. Okay. Keine Ahnung, von wann diese Nachricht sein soll. Auf jeden Fall zum Gamble City Casino. Stufe 302 hat irgendwas gewonnen. Die Stars einmal kostenlos drehen und danach 30 Mal am Tag. Das heißt insgesamt 90 Mal. Und man kann, wenn man das nicht für Shetons machen kann oder möchte, natürlich auch 500 XP. Leute, seht euch mal mein Level an. Wieso bekomme ich 500 XP auf diesem Level? Das ist mickrig. Das sind 0,1% von meinem gesamten Level ab. Aber egal. Das heißt, das wären in etwa 90 Donuts für drei Tage. Weil mit Shetons, glaube ich, ist das fast nicht machbar. Und 90 Donuts sind schon eine Menge. Vor allem, die muss jeder aufbringen, wenn man mithalten möchte. Naja, muss immer nicht, aber es gibt doch nette Sachen. Hier, jetzt zum Beispiel immer die Münzen. Das sind Fähigkeitspunkte. Dann ab und zu XP. Oder ein episches Item. Item? Item. Hallo Item. Iblali Item. Kendo Anzug. Genau. Epische Items, die natürlich auch Münzen bringen oder die Stats boosten. Dann Trainingseinheiten. Epische Begleiter. 100 Energie hat der zum Beispiel erhalten. Also, das ist unschlagbar. 100 Energie? Das sind 33% von einem Tag. Und ein Item. Ein episches, feines Seidenscherpe. Der perfekten Wickel. Was zur Hölle sind das für Items? Die kenne ich alle noch gar nicht. Und genau. Den Jackpot erhält man natürlich dann, wenn man dreimal dasselbe Bildchen erhält. Wenn es immer random ist, dann gibt es XP. Zweimal Münzen. Logischerweise so in etwa 10.000 Münzen. Das wundert mich aber echt gerade. Hat das auch was mit den... Wow. Wie lange? Das steht nicht dran. Wie lange? Bis zum 18. Drei Tage lang. Also... Hey, das ist nett. Das ist mehr als nett. Jo, was wollte ich gerade sagen? Genau. Der hat den bekommen, der Buff. Der Barry. Und nicht so nette Barbette hat den Simon bekommen. Jo, genau. Was ich sagen wollte. Jetzt mal zum Punkt kommen. Vielleicht hat das mit den Boostern zu tun. Moment kurz. Das ist mir die 10 Donuts wert, das auszuprobieren. Wenn ich einen Missionsbooster habe, dass ich da vielleicht mehr XP bekomme. 20 Fähigkeitspunkte. Und wieder den Simon hat da jemand abgestaubt. Weil ich muss echt sagen, 500 XP, das ist ja für den Level 10 okay. Aber doch nicht für knapp Level 300. Doch, wieder 500. Vielleicht würden noch die Teambooster mit einspielen. Mehr XP, das könnte ich mir vorstellen. Und nochmal XP, wahrscheinlich nur 1000. Okay, jetzt mehr. Warum diesmal mehr? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Render. Am Arborg hat Barry erhalten. Dickes Fell hochgepäppelt. Und wie du mir, so ich dir. Boah, heftig. Ich meine, man sieht da zwar immer diese Spieler durchlaufen. Aber das sind ja immer dieselben Namen. Das heißt, die gewinnen nicht live so viel Zeugs. Das hat man vielleicht einmal am Tag. Das da... Nicht einmal am Tag, aber... Ich weiß nicht, wie viele Begleiter wird es da geben pro Tag? Nicht sonderlich viele. Ganz viele Leute zocken 30 Mal am Tag. Aber den Begleiter werden nur die wenigsten abstauben können. Es überwiegen die Münzen. Und die Erfahrungspunkte, glaube ich. Noch mal XP wahrscheinlich. 980. Immerhin. Okay, also 1000 ist halbwegs in Ordnung. Aber 500 finde ich für dieses Level schon relativ mager. Aber sowas von... Oh, da fällt mir was ein. Oh, ich habe vergessen. Moment mal. 4 Trainingseinheiten. Ja, okay. Nicht übertreiben. Später einlösen. Ist sowieso egal. Ich muss noch kurz... Das habe ich vergessen hier. Synchronisieren. Mhm. Und dann nochmal. So. Für alle Interessierten, ich lasse das drin. So synchronisiere ich meine Videos. Denn ich nehme meine Stimme und das Game mit separaten Programmen auf. Und weil eben am Anfang diese Nachricht kam, konnte ich da nicht synchronisieren. Ich schaue mir oft Videos an. Und ab und zu bemerkt man da eine Asynchronität bei anderen. Die glauben vielleicht einfach, wenn sie zeitgleich bei dem Stimmenprogramm auf Aufnahme klicken und beim anderen Programm, dass das automatisch synchron ist. Oder manchmal verschiebt sich das sowieso, auch wenn beides in einem aufgenommen wird. Und dann hat man aber so eine Asynchronität. Und als Beispiel sagt er jetzt schon, wow, ich habe den Begleiter gewonnen. Und in Wahrheit sieht man den hier noch gar nicht. Oder umgekehrt, man sieht schon den Begleiter und erst 10 Sekunden später oder 5 Sekunden später... 10 Sekunden ist eine krasse Asynchronität. 5 Sekunden später sagt er dann... Oh, 2... Wow! Hey! Begleiter Odin. Was? Bei 2 mal den Begleiterkopf erhält man schon den epischen Begleiter? Das finde ich lobenswert. Ich dachte erst bei 3, bei 3 gibt es vielleicht dann den Jackpot. Hui, das war genial. Schön. Das hat sich gelohnt. Ich glaube, einen Begleiter hatte ich bisher noch nicht. Und ich habe beim letzten Mal, als das war, immer 30 mal gedreht jeden Tag. Das kam jetzt durchaus irgendwie überraschend. So, wieder XP. Ja, damit 1176. Und... Noch 2 mal drehen. Nach dem Mal... Oder genau, 2 mal noch. 29 und 30. Trainingsanheiten. 4. Jo, wieder 4. Ich muss aber sagen, ich bin froh, dass dieses Feature nur so selten kommt. Aber wenn es kommt, ist es lustig. Nur wenn das häufiger wäre, 90 Donuts, das ist heftig. Weil das kann man ja... Man kann zum Beispiel sagen, die Booster kann man immer Free-to-Play aufrechterhalten. Aber niemals diese Chetons. Ich müsste jetzt mal die Missionen erneuern. Hier sehe ich noch nichts. Aber... Die gibt es nicht so häufig. Die... Und wenn, dann sind da nur ganz wenige. Man kann niemals 300 Chetons. Kann ich mir nicht vorstellen. So, das ist übrigens mein Held hier so auf Server Nummer 2. Steht kurz vor Level 300. Gab es da jetzt eine Heldentat dafür? Hm, ich glaube nicht. Das ist doch so ein Special Event. Das fügen sie normalerweise nicht zu den Heldentaten hinzu. Tausendmal den Schurken angegriffen. Also man sieht schon, was auf dem Server hier los war. Da war so einiges los. 730 Tage aktiv. Was gibt es denn dafür? Huh, neppig. Für zwei Jahre zockt man das Game und da gibt es neppig. Schön. Nein, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Auf jeden Fall. Den Begleiter löse ich natürlich ein. Oder wie viele habe ich hier? Nur zwei. Ach stimmt. Der Charakter war fast Level 300. Da gab es die Begleiter nicht mal noch. Das ist so heftig. Wie alt dieser Char schon ist. Da gab es noch gar keine Begleiter. Da gab es noch keine Sets. Da gab es noch kein... Hey, das sieht lustig aus. Da gab es noch so viele Dinge nicht. Warum hat der Minus 11? Ach so, weil der andere jetzt ein Level ab. Hatte ich eben auf jeden Fall mal auf. Was habe ich hier so auf der Bank? Der sieht ja doch interessant... Oh, da habe ich noch einen... Warum habe ich da noch einen Odin? Den habe ich eventuell beim letzten Mal beim Casino hier auch was geworfen. 48 Wochen... 48 Wochen Turniere. Ich bin hier ein Jahr nicht aktiv gewesen. Aber trotzdem, die Donuts, die rollen rein. Alle paar Wochen immer 30 Donuts, weil so eine E-Mail kommt. Schilling, du warst schon so lange nicht aktiv. Ach, schau doch mal wieder vorbei. Und dann schaue ich mal wieder vorbei. Und dann bin ich mal wieder dabei. Aber was ich jetzt kurz machen möchte, ich will mir die Rangliste ansehen. Deshalb muss ich jetzt hier 48 Mal klicken. So, erstmal alles durchgeklickt und jetzt die Rangliste. Da bei Helden finde ich mich nicht. Da bin ich nämlich anscheinend, wenn man inaktiv ist, dann verschwindet man da aus dieser Rangliste. Ich habe bei Stufe nachgeschaut. Da müsste ich einmal den Browser aktualisieren. Dann bin ich hier vom Rang her, von der Stufe, wäre ich mit knapp Level 300 in etwa 250 oder so. Irgend so was um den Dreh. Wochenturnier aber. Ich verstehe es nicht. Muss ich echt sagen. Hier, wenn ich da mal rauf schaue. 1,254 Millionen. So viel habe ich auf S12 aktuell. Wenn nicht sogar noch mehr. Das verstehe ich gar nicht. Ich meine, das habe ich beim letzten Mal schon nicht verstanden, aber da könnte ja echt, wenn jetzt jemand neu anfängt, irgendwie so, der könnte sich da immer Top 10 holen. Weil das ist ja nichts. Das ist ja lachhaft so eine Million. Zwei Trophäen haben die. Okay, keine Energie. Aber irgendjemand wird doch wohl Energietrophäen und so auch haben. Kiki Lotta. Hier, einmal Energie. Und damit hat sie es auf Platz 1 geschafft. Heftig. Heftigst auf jeden Fall. Yo, 40 Fähigkeitspunkte kann ich hier verteilen. Das ist natürlich sehr nice. Was sagen die Sondains? Ach, Multitasking. Für 29 Tage wird es mir gut geschrieben. Gönne ich mir jetzt, oder? Ich kann sowieso nichts machen. Kein X klicken oder sonst was. Hui. Da sieht man mal, wie weit ich bei den Sondereinsätzen war. Den habe ich durchgezockt. Und da war ich der Erste und fertig. Dann habe ich aufgehört. Warum auch immer. Ich hätte vielleicht weiterzocken sollen. Und das sind die ganzen anderen, für die ich erstmal Hinweise finden müsste. Yo, dann skill ich noch und skill ich noch. Und gönne mir den Begleiter. Einfach so. Warum denn nicht? Jetzt habe ich einen Odin und einen Sniffy und einen Rambo. Die Casino-Einsätze. Da ist alles durch bei Gamble City. Genau. Ja, das war so ein kleiner Exkurs auf Server 2. Jetzt muss ich kurz überlegen. Beim Barama-Helden-Liga. Ach so, das wird mir alles erstmal erklärt. Jetzt beitreten. Weil ich da ja noch nie war. Dann sind die Stats noch ein bisschen höher. Naja, nicht. Nicht allzu viel. Ich trainiere nebenbei. Warum denn auch nicht? Was habe ich denn hier an Kraft? Hier habe ich gar keine Condi-Items mehr, wenn ich das richtig sehe. Habe ich die mal verscherbelt? Oder wo sind die? Uh, keine Ahnung. Und hier dieses Neuverteilen, dieser Button. Da habe ich... Entweder war das kostenlos. Oder ich habe mal diesen Hammer gefunden. Und da gibt es nämlich so ein Item. Da kann man dann alle Stats neu verteilen, wenn man möchte. Das ist ganz witzig. So, was gibt es hier? Fläschchen mit abendlichem Morgentau. Würde das nicht heißen? Fläschchen mit abendlichem Morgentau? Aber egal. Ich will ja nicht hier Deutschprofessor und so. Was ist denn das für ein Item? Wieso hier? Ha? Für Event? Von wann war denn das? Hä? Was soll das für ein Item sein? Keine Ahnung. Und was habe ich hier? Erstmal neue Ware ranholen. Was gibt es da Lustiges? Nicht allzu viel irgendwie. Nicht allzu viel. Und hier blinkt es schon wieder. Was habe ich denn jetzt getan? Erreiche diese Zone. Ach, die mit den Donuts könnte ich alle abholen. Beziehungsweise habe ich jetzt schon mal was hier mit Begleiter. Oh! Ach Münzen. Nö. Begleiter habe ich nicht. Booster. Was kann ich mir da an Boostern holen? Ein Missionsbooster. Ein Arbeitsbooster. Und ein Fähigkeitsbooster. Ja gut. Dann würde ich sagen, war es das erstmal. Gamble City. Kann man vorbeischauen. Dann gibt es nette Belohnungen. Und wer echt Top 10 mitspielen möchte, der kommt da fast gar nicht drum herum, glaube ich. Weil wer Glück hat, 100 Energie, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte, Erfahrungspunkte. Und der Begleiter, den gibt es ja auch noch, wenn man möchte. Das war es. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, ich spiele jetzt mal. Oh.